Die letzte Folge dieser Hörbuchserie behandelte das Interesse der vor-Trump'schen amerikanischen Außenpolitik an einer islamischen Umvolkung Europas. Dieses Interesse findet seinen Ausdruck in einem messbaren, offensiven politischen Wirken. Und dieses Wirken wiederum wird unterstützt von einer Organisation, bei der man sich nicht weiter über deren Einsatz zu verwundern braucht, da sie von Haus aus globalistisch ist. Ich spreche von den Vereinten Nationen, kurz UNO. Wobei nicht alle Vertreter dieser Welteinrichtung so eindeutig auf dem destruktiv-kulturzerstörenden NWO-Kurs sind wie jene, die über die Räuberleitern der einschlägigen Seilschaften in Amt und Würden gekommen sind. Ein prominentes Beispiel ist Sergio Vieira de Mello, UN-Hochkommissar für Menschenrechte und auf Fürsprache George W. Bushs und seiner neokonservativen Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice, UNO-Sonderbotschafter im Irak, wo er in den Nachkriegswirren einem Bombenanschlag zum Opfer fiel. Seine in Washington und im Pentagon gewünschte Erhebung zum UNO-Generalsekretär kam dadurch nicht mehr zustande. Am 4. August 1999 sagte de Mello, damals in seiner Eigenschaft als UNO-Sonderbotschafter im Kosovo, gegenüber einem US-Fernsehsender, Zitat, Ich wiederhole, unvermischte Völker sind eigentlich ein Nazi-Konzept. Genau das haben die alliierten Mächte im Zweiten Weltkrieg bekämpft. Die Vereinten Nationen wurden gegründet, um diese Konzeption zu bekämpfen, was seit Jahrzehnten auch geschieht. Genau das war der Grund, warum die NATO im Kosovo kämpfte. Und das war der Grund, warum der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eine solch starke Militärpräsenz im Kosovo verlangte. Nämlich, um ein System ethnischer Reinheit zu verhindern. Zitat Ende Das sind deutliche Worte. Unvermischte Völker werden bei den Vereinten Nationen als ein Problem gesehen, dem man mit politischen oder gar militärischen Mitteln zu Leibe rücken muss. Es ist eine brutale Sicht der Dinge und eine verstiegen ideologische noch dazu. Dass diese Argumentationsschiene nicht gerade dazu angetan ist, unter den Völkern Befürwortung für die Selbsteliminierung zu generieren, liegt auf der Hand. Die handelsübliche Rechtfertigung für das Generalunternehmen Umvolkung ist daher auch eine andere, eine vorgeschobene. Es ist das Argument schlechter Geburtenraten und Überalterung. Die Bevölkerung in fast allen europäischen Ländern werde schrumpfen, wenn man nicht dagegen steuere. Und zwar mit künstlicher Masseneinwanderung. Lösungen, die in einer Steigerung der Geburtenraten durch Investitionen in die sozialen Lebensbedingungen, durch gerechtere Arbeits- und Lebensverhältnisse bestehen, sind für das Umvolkungsunternehmen natürlich Gift und werden auch gar nicht erst in Betracht gezogen. Etwas anderes als ein Massenimport von Menschen kommt nicht in Frage. Die Zahlen, die de Mellos UNO dabei vor Augen hat, sind beträchtlich. Schon Anfang 2000, also 15 Jahre vor dem so schicksalhaften Sommer 2015, überlieferten die Vereinten Nationen Bedarfszahlen, die man nur noch als schwindelerregend bezeichnen kann. In Anbetracht seiner Überalterung, schreibt die französische Liberation, Zitat, wird Europa bis zum Jahre 2025 annähernd 160 Millionen zugewanderte Arbeiter benötigen. Und Frankreich, das jährlich ca. 100.000 Immigranten aufnimmt, wird diese Zahl im kommenden Vierteljahrhundert um das 7,6-fache erhöhen müssen. Dies sind einige der Zahlen, die in einem diese Woche publizierten Vorausbericht der Bevölkerungsabteilung der UNO figurieren. Das Verhältnis zwischen Aktiven und Nichtaktiven – heute kommen auf einen Pensionierten vier bis fünf Arbeitende – wird sich in den kommenden 25 Jahren ungefähr halbieren. Durch eine simple mechanische Übertragung gelangen die Demografieexperten der UNO also zum Ergebnis, Europa benötige zur Aufrechterhaltung seiner aktiven Bevölkerung auf dem absoluten Niveau von 1995 bis zum Jahre 2025 24 Millionen Einwanderer. Will man aber das heutige Verhältnis zwischen Aktiven und Nichtaktiven bewahren, beläuft sich der Bedarf an ausländischen Facharbeitern auf nicht weniger als 159 Millionen Menschen, von denen 23 Millionen auf Frankreich, 26 Millionen auf Italien und gar 44 Millionen auf Deutschland entfallen. Ende Zitat. Als mögliche Alternative zu diesen Einwandererzahlen nennen die UNO-Demografen laut Liberation nicht etwa eine familienfreundliche Staatspolitik, sondern die Erhöhung des Rentenalters auf 75 Jahre. Ist dies auch Wahnsinn, so hat es doch Methode. Unter den Verantwortlichen der Expertise hebt Liberation als einzig namentlich genannten Josef Alfred Greenblatt hervor, der 1944 in Frankreich geboren, Ende der 60er Jahre an der US-Universität Princeton als Demograf seinen Karriereweg begann, um anschließend bei der UNO-Führungspositionen im Amt für Bevölkerungsfragen zu übernehmen. Dass er Jude ist, mag keine Rolle spielen, das gleiche behauptet George Soros von sich. Trotzdem erinnert man sich unwillkürlich an die von Barbara Lerner-Spectre wenige Jahre später getätigte Aussage, der zufolge Israeliten eine leitende Rolle beim europäischen Multikulturalisierungsprojekt zukomme. Die geschilderte und wie Science-Fiction anmutende Zahlen-Junglage aus dem Jahr 2000 war übrigens kein Versehen oder ein Einzelfall. Nach dem Millennium erstellte die UN-Abteilung für Bevölkerungsfragen noch eine ganze Reihe weiterer alarmistischer Berichte, die alle darauf hinzielten, einen Massenzustrom von Menschen aus der dritten Welt nach Europa zu führen. Verdächtig und erschreckend ist dabei die Tatsache, dass die UNO ihre Planskizzen unter den Oberbegriff Replacement Migration stellte, der in der deutschen Ausgabe wohlwollend mit Bestandserhaltungsmigration übersetzt wird. Jeder kann aber selbst nachschlagen, dass der englische Terminus eigentlich Austauschmigration bedeutet, ein hundertprozentiges Synonym des Reizwortes Umvolkung. Dass die Vereinten Nationen auch genau in diese Richtung dachten, zeigt die Tatsache, dass zum Jahreswechsel 2005-2006 mit Peter Sutherland ausgerechnet jener Mann zum Sondergesandten des UN-Generalsekretärs für internationale Migration ernannt wurde, der laut eigener Aussage sein Ziel darin sieht, die Homogenität der Völker zu zerstören. Das Global Forum on Migration and Development der UN, dem er ebenfalls vorsteht, gab dem Aufsichtsratsvorsitzenden des pentagonalen Bankhauses Goldman Sachs die Möglichkeit, politische Entscheidungsträger und hochrangige politische Praktiker der UN-Mitgliedstaaten sowie Nichtregierungsorganisationen, Migrationsorganisationen, also auch solche der Asylindustrie, Experten und Migrationsorganisationen zu versammeln und mit ihnen die praktischen Herausforderungen und Chancen der Migrationsentwicklung zu besprechen. Es ist wieder einmal kaum Zufall, dass Georges Soros seit 2005 durch sein Netzwerk von Demokratisierungsstiftungen die Migrationsströme nach Europa steuerte. Mit Soros und Sutherland hatten sich Brüder im Geiste gefunden, die, da Sutherland seine Position bis Anfang 2017 innehatte, in der heißen Umvolkungsphase hervorragend kooperieren konnten. Festzuhalten gilt, dass der große Austausch dennoch in den ersten Jahren des Millenniums kein öffentliches Thema wurde. Sowohl die Parlamente als auch die Chefetagen der Medien verfuhren wie bei einem Stillhalterabkommen. Das Projekt Austauschmigration war da aber bereits praktisch auf den Weg gekommen. Jedenfalls in Britannien. 2009, also mit einer satten Verspätung von neun Jahren, berichtete der Telegraph in einem Moment der Offenheit, dass es in Großbritannien bereits seit Ende 2000 ein vorsätzlich geheim gehaltenes Einwanderungsprojekt gab. Kein geringerer als Andrew Nether, seinerzeit Berater des Premierministers Tony Blair, bestätigte diese Operation gegenüber der Zeitung. Laut Nether war es das Ziel aus dem Königreich unter sozialdemokratischer Herrschaft ein absolut multikulturelles Land. Das ist ein Zitat zu machen. Vor diesem Hintergrund habe allein Großbritannien Anfang des neuen Jahrtausends etwa 2,3 Millionen neue Einwanderer ins Land gelassen. Sir Andrew Green, seit den 90ern britischer Botschafter in Syrien und Saudi-Arabien sowie Leiter der Abteilung Mittlerer Osten im Außenministerium, nannte die Enthüllungen politisches Dynamit und fügte hinzu Zitat Endlich ist die Wahrheit heraus. Man kann nun nicht länger von einer angeblichen Verschwörungstheorie sprechen. Zitat Ende Es ist das einer der ganz seltenen Fälle medialer Offenheit bei dieser Thematik. Rückblickend scheint es so ein Ausscheren aus dem Schweigekartell selbst im Presseseitlich etwas transparenteren England maximal einmal im Jahr gegeben zu haben. Für das Jahr 2008 steht lediglich eine Meldung des The Daily Express zu Buche. Die Zeitung berichtete im Oktober 2008 dass nach einem wörtlich Geheimplan der Brüsseler Ökonomen die EU bis 2050 56 Millionen Immigranten aus Afrika nach Europa holen wolle. Dazu würden in Afrika zu Anwerbungszwecken bereits Jobcenter aufgebaut berichtet der Expressjournalist vor Ort aus Mali. Sir Andrew Green kommentierte auch an diesem Skandal dahingehend dass damit jeder Rahmen gesprengt werde. Green wörtlich Zusammen mit Holland ist England jetzt schon der größte Ballungsraum in Europa. Nach Lage der Dinge müssen wir in den kommenden 25 Jahren für Immigranten sieben Städte der Größe von Birmingham aufrichten und das nur hinsichtlich der Anwanderungszahlen welche die Regierung sowieso bereits erwartet. Die anvisierte Massenmigration so die Zeitung bewege sich im Flussbett eines Monate zuvor unterzeichneten Partnerschaftsabkommens zwischen der EU und Afrika. Der zitierte 56 Millionen Report in dem für irreguläre Migranten Straffreiheit gefordert wird stammt von der statistischen EU Behörde Eurostat. Der Daily Express weist auf die starke französische Beteiligung bei der realen Durchführung des Vorhabens hin. So heißt es der französische Einwanderungsminister Brice Hortefeu habe alle 27 EU Staaten in einer Reihe überstürzter Vorort Besuche vertreten, die ihn zur Umsetzung des Plans durch Westafrika führte. Weiters erfahren wir, dass der französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy ein EU-weites Immigrationsabkommen noch Ende des Jahres 2008 vor Ablauf seiner Amtszeit als Chef des Europäischen Rates in trockene Tücher bringen wolle. Da Sarkozy ein entscheidender Faktor bei der erfolgreichen Überführung der Asylwelle nach Europa ist, wollen wir ihn uns etwas genauer betrachten. Sarkozy's Vater, der in Ungarn geboren und aufgezogen wurde, aber nach Frankreich auswanderte, verließ seine Familie 1959, als sein Sohn vier Jahre alt war. Die Mutter des späteren Staatspräsidenten war die Tochter eines sephardischen Juden aus Saloniki in Griechenland, die bei der Heirat zum Katholizismus konvertierte und den christlichen Namen Benedikt annahm. Sarkozy's Großvater Aaron Mala, Spitzname Benchio, wurde 1890 geboren. Benchios Onkel Mosche war ein bekannter Rabbi und frommer Zionist, der 1898 El Avenir herausgab, zu der Zeit die führende Zeitung der Zionistischen Nationalbewegung in Griechenland. Sein Cousin Ascher wurde zum ersten Präsidenten der Zionistischen Föderation Griechenlands gewählt und leitete den Zionistischen Rat mehrere Jahre lang. Das jüdische Erbe, auf das er sich wiederholt bezieht, scheint für Sarkozy einige Bedeutung zu haben, was wiederum erklären mag, warum auch sein Sohn in eine französisch-jüdische Familie einheiratete, seine zweite Frau tat das übrigens ebenso. Im Mai 2007 erst von der US-Regierung gegen den im Pentagon verhassten Jacques Chirac und dann von den Franzosen zum französischen Präsidenten gewählt, bekleidete Sarkozy jetzt, zur Zeit der Daily Express Enthüllungen, im zweiten Halbjahr 2008 auch noch das Amt des Vorsitzenden des Europäischen Rates. Wenige Tage bevor er dieses Amt wieder abzugeben hatte, hielt er am 17. Dezember eine durchaus interessante Rede an der École Polytechnique in Palaisot bei Paris. Ein Kernziel der europäischen Politik, so verkündete Sarkozy hier in aller Öffentlichkeit, ist die Vermischung der Rassen und verschiedenen Kulturen, also die Abschaffung der originären Nationen ihrer Völker. Das Programm, das er in dieser Rede erklärt, ist totalitär wie jede Ideologie. Es sieht sich als völlig alternativlos und zwingend an. Wir haben nicht die Wahl, so zu handeln, wir sind dazu obligatorisch verpflichtet, weshalb, wie bei Thomas Barnett, Widerspruch und Widerstand mit allen Mitteln bekämpft und vernichtet werden müssen. Sarkozy im Original Zitat zwingendere Maßnahmen anwendet. Wir haben einfach keine Wahl. Die kulturelle Vielfalt an der Volksbasis muss sich auch als eben solche Vielfalt an der Spitze des Staates illustrieren. Das ist keine Wahl, es ist eine Verpflichtung. Es ist zwingend. Wir können nicht anders handeln, anderenfalls würden wir riskieren, uns mit schweren Problemen konfrontiert zu sehen. Wir müssen uns verändern, also werden wir uns verändern. Wir werden uns überall zur selben Zeit verändern, in den Unternehmen, in den Regierungen, in der Bildung, in den politischen Parteien und wir werden uns zu diesem Ziel verpflichten. Zitat Ende. Sarkozy hielt seine Rede vor einer französischen und einer europäischen Fahne. Beide wurden sorgfältig in Pyramidenform gelegt. In Geolithico, dem privaten Nachrichtenausleger des außerdienstlichen Welt-Online-Chefreporters Günter Lachmann, steht zu lesen, Zitat, unter dem Video wird Sarkozy als Freimaurer bezeichnet, was allerdings trotz vieler Anhaltspunkte nicht nachgewiesen ist. Doch hat er eine unbestreitbare Nähe zu vielen Mitgliedern der okkulten Loge des Grand Orient, deren starker Einfluss auf die Politik Frankreichs in den letzten Jahrhunderten allgemein bekannt ist. So wurden 2012 in Sarkozy's Wahlkampf-Entourage 13 Freimaurer gezählt, einschließlich Wirtschaftsminister François Baroin, Arbeitsminister Xavier Bertrand, Verteidigungsminister Gérard Languet, Innenminister Claude Goyen, Justizminister Michel Mercier, Sportminister David Douillet, Patrick Ollier, der Minister für die Beziehungen zum Parlament, Henri de Rancourt, Minister für die internationale Zusammenarbeit und Bildungsminister Luc Châtel. Sarkozy selbst ist eng mit Alain Bauer verbunden, der Großmeister des Grand Orient von Frankreich war. Zitat Ende. Die Freimaurerei ist, wie im zweiten Teil dieser Lesungsreihe gezeigt, in der europäischen Umvolkungsagenda ein nicht zu unterschätzender Player und sie ist es auch in Washingtons morbider Geostrategie gegenüber der EU. Die Verbindungen des amerikanischen schottischen Ritus mit dem Grand Orient sind traditionell eng und die USA nutzen freimaurerische Verbindungen nach Europa gern im Rahmen ihrer geheimdienstlich geprägten Außenpolitik. Kommen wir von hier zur zwei Jahre später vollzogenen Sprengung des Libischen Deiches. Im Prinzip bleiben wir damit ein gehöriges Stück weit bei Sarkozy, der bei dieser Aktion zusammen mit Soros-Freundin Hillary Clinton die Hauptrolle spielte. Zum Hintergrund Wenn in Logen sowie in den entscheidenden Planungsstäben von Washington, Paris und Brüssel erwogen wurde, Europa mit Migranten zu fluten, dann hatten die Planer eine Hürde zu überwinden. Sie mussten Europas Deichstaat Libyen öffnen. Dass der als Führer der afrikanischen Staatengemeinschaft einflussreiche Gaddafi dafür sorgte, dass ein Migrantenstrom Richtung Europa gar nicht erst in Gang kam, das bestätigt eine thematisch sehr beschlagene Universitätsprofessorin, Kelly M. Greenhill, Autorin des im März 2010 erschienenen Buchs Massenmigration als Waffe, Vertreibung, Erpressung und Außenpolitik. In diesem Standardwerk untersucht die heute an der Stanford University tätige Politologin, wie Vertreibung, Flucht und erzwungene Zuwanderung in andere Länder als politische Waffe eingesetzt wurden und werden, um andere Länder zu destabilisieren oder auch zu erpressen. Fazit Diese strategisch konstruierte Migration klappt in drei von vier Fällen. Die amerikanische Politikwissenschaftlerin, die Teile ihrer Forschungen bereits 2008 für die Harvard Kennedy School niederschrieb, führt Zusammenhänge aus, die sich wie ein exakter Steckbrief dessen lesen, was zurzeit in Deutschland und anderen europäischen Ländern passiert. Die Bedeutung dieser Forschungen reicht aber wie gesagt auch in andere Richtung, da Greenhill die Motivlage für den US-Französischen Krieg gegen Libyen neu ausleuchtet und andeutet, dass dieser Waffengang ein und allein deshalb geführt wurde, weil man die in Libyen aufgebaute Migrationshürde Richtung Europa einreißen wollte. Man heißt die USA als Konkurrent der EU plus die umvölkerischen NWO-Eliten. Was passierte da? 2009 im ersten Amtsjahr Obamas wurde Gaddafi zum ersten Mal als Vertreter der Afrikanischen Union zum G8-Gipfel zugelassen. Was nach Augenhöhe Gesprächen aussah, war aber nichts als schlichte Täuschung, denn schon im Vorjahr hatte die US-Regierung verdeckte Kontakte zu Mitgliedern der libyschen Regierung aufgenommen, um zu eruieren, wie man den Staat dorthin bekommen konnte, wo man ihn hinhaben wollte. Dort wurde bereits über Vorteile diskutiert, die eine Beseitigung Gaddafis brächte. Natürlich ging es hier auch um die reiche Ölindustrie und die Aufrechterhaltung des Petrodollar-Systems, das durch Libyens Pläne zur Einführung einer afrikanischen Goldwährung bedroht war. Wikileaks veröffentlichte in diesem Zusammenhang eine Depesche vom Juli 2008, die eine Verbindung der US-Botschaft mit Shukri Ghanem, dem von Gaddafi eingesetzten Ministerpräsidenten und Erdölminister nachweist. Die Depesche hält fest, wie die US-Botschafter mit dem Vermittler Ghanem übereinkam, dass es in Libyen keine ökonomischen und politischen Reformen geben werde, solange Gaddafi nicht tot ist. Zu diesem Zeitpunkt unterstützte die US-Regierung bereits terroristische Milizen, Al-Qaida und Rebellen im Kampf gegen die Regierung Gaddafi. Anfang 2011 begann dann die in transatlantische Lobby-Netzwerke eingebettete Weltpresse eine heftige Feindbildkampagne gegen Gaddafi. Im Flussbett davon folgte eine niedrigstufige Kriegführung, die von NATO-Strukturen in Libyen zum Einsatz gebracht wurde, mit dem Ziel, die Stämme des Landes zu zerreißen. Der minimale Erfolg daraus bekam anschließend unter großem Tamtam das Siegel Bürgerkrieg umgehängt, den man nicht zulassen konnte, denn die Weltbürger in Libyen gehören natürlich in den Vertretungsanspruch des Freien Westens. The people of Libya must be protected, nannte das der frischgebackene US-Präsident Obama. Im März 2011 erschlossen sich die USA, Sarkozy Frankreich und das historisch stets desaströse Okkult-Muterschiff Großbritannien mit den Vereinten Nationen zusammen, um eine Flugverbotszone über Libyen zu erzwingen. Das geschah, um die vom Westen bezahlten Rebellen zu schützen, die versuchten, Muabar Gaddafi zu stürzen. Wie bei den meisten NATO-Kriegen ging es auch hier nicht um die Befreiung eines unterdrückten Volkes von seiner Diktatur. Es ging nicht um die Öffnung der Gefängnisse, in denen auf die absolute Bevölkerungszahl umgerechnet deutlich weniger Menschen saßen als in den USA. Die meisten politischen Gefangenen waren zudem Islamisten. Es ging auch ganz sicher nicht um die Verbesserung der sozialen oder wirtschaftlichen Verhältnisse im Land, von denen sogar etliche Weststaaten nur träumen konnten. Wie üblich waren räuberisch ökonomische Motive bestimmend, auch geostrategische, da die USA die wachsende Zusammenarbeit Gaddafis mit Indien, China und Russland stoppen wollten. Und es ging um die von langer Hand geplante Destabilisierung und Aufweichung des europäischen Kontinents. Als Libyen, das einst reichste Land des afrikanischen Kontinents, endlich zerstört am Boden lag, konnten durch dieses Land, das bislang auf Drängen vor allem Italiens der Schleusung von Wirtschaftsflüchtlingen Richtung Europa einen Riegel vorgeschoben hatte, Millionen von Migranten durchgeschleust werden. In erheblichem Umfang betrieben durch amerikanische Vorfeldorganisationen beziehungsweise Organisierer. Noch im Sommer 2010, also nur Monate vor Beginn des Libyen-Kriegs, hatte Gaddafi bei einem Staatsbesuch in Rom ein Milliarden Euro rundum Sorglos-Paket angeboten, mit dem die Migrationssperre effektiviert werden sollte. Er schilderte den Italienern das heraufziehende Unheil in grellen Farben. O-Ton Wir brauchen Unterstützung von der Europäischen Union, um diese Armee davon abzuhalten, von Libyen aus, das ihre Eingangsforte darstellt, überzusetzen. Was wird die Reaktion der weißen christlichen Europäer auf diese Masse hungriger ungebildeter Afrikaner sein? Wir wissen nicht, ob Europa ein entwickelter, zusammenhaltender Kontinent bleibt oder ob er durch eine solche barbarische Invasion zerstört wird. Wir sollten uns bewusst sein, dass das passieren kann. Aber bevor es soweit kommt, müssen wir zusammenarbeiten. Zitat Gaddafi Ende. Während Gastgeber Berlusconi tatsächlich nicht weniger als eine Milliarde Euro locker machte, wurde Gaddafi von anderen Seiten wegen seines Angebots heftig kritisiert, auch dafür, dass er kurz zuvor das libysche Schleuserbüro des UN-Hochkommissars für Flüchtlinge hatte schließen lassen. Ein halbes Jahr später starteten Hillary Clinton und Nicolas Sarkozy ihren sogenannten Bürgerkrieg gegen Libyen. Noch einmal Wochen darauf folgten massive Luftangriffe, insbesondere der französischen und US-amerikanischen Luftwaffe gegen libysche Truppen und strategische Ziele im ganzen Land. In dieser Lage gab Gaddafi am 30. April 2011 im Spätprogramm des staatlichen Fernsehsenders eine einstündige Erklärung, die in folgender direkter Ansprache gipfelte. Zitat Jetzt hört mir einmal zu, ihr Leute bei der NATO. Ihr bombardiert die Mauer, die die afrikanische Migration nach Europa aufgehalten hat. Dieser Wall hat die Al-Qaida-Terroristen gestoppt. Dieser Wall war Libyen. Ihr reißt ihn nieder, ihr Irren. Wegen der Abertausenden Migranten aus Afrika, wegen eurer Unterstützung für Al-Qaida, werdet ihr in der Hölle schmoren. Zitat Ende. Das Involvement umvolkungsbegeisterter Hadeswächter in diesen Krieg ist von daher, wie von Professor Greenhill herausgearbeitet, geradezu logisch. Wir finden Superschleuser George Soros, alias Schwarz, dessen politische Verbindungen zur damaligen US-Außenministerin Clinton überaus eng waren, als eine Hauptfigur hinter dem militärischen Manöver in Libyen. Und so wie er in Amerika die gewaltsame Türöffnung zur Globalisierungsmigration puschte, so tat es die graue Eminenz der französischen Politik Bernard-Henri Lévy gegenüber Nicolas Sarkozy. Anfang März 2011 reiste er nach Benghazi, um Kontakt zum libyschen nationalen Übergangsrat aufzunehmen und, wie er selbst äußerte, einen Krieg mit dem Kriegsziel Gaddafi zu stürzen, zu fördern. Warum? Weil Gaddafi das Bollwerk Europas gegen die identitäre Auflösung war. Lévy, dem allein die Erinnerungskultur des Holocaust als traditionell bewahrenswert gilt, gibt selbst zu, dass seine innerste Kriegserklärung der bodenständigen, gewachsenen Kultur gilt. So schrieb er, Zitat, selbstverständlich sind wir entschieden kosmopolitisch. Selbstverständlich ist uns alles Bodenständige, die Bourree, das ist ein französischer Tanz, der bretonische Dudelsack, kurz gesagt, alles typisch französische oder Fahnenschwenkende, fremd und sogar zuwider. Vaterländer aller Art und der ganze altmodische Plunder in ihrem Gefolge widern ihn im höchsten Maße an. All das ist nichts weiter als ein furchtsamer und verklemmter Rückzug auf die armseligste Identität. Patois zu sprechen, im Takt der Bourree zu tanzen und zum Klang von bretonischen Dudelsäcken zu marschieren, so grenzenlose Dummheit ist widerwärtig. Ende Zitat Levi. Es ist Zitat unterschreiben. Auch er dürfte im Libyen-Krieg seine Finger im Spiel gehabt haben. Arbeitete er doch damals als Chefanalyst der 2009 in Israel gegründeten Geheimdienstfirma Vicky Strat. Vicky Strat arbeitet laut Eigenauskunft sowohl mit der NATO als auch im Besonderen mit der französischen Luftwaffe und AFRICOM das ist das US African Command jene Abteilung im US Außenministerium die sich Afrika vorknöpft. Was der frühere Strategieberater von US Verteidigungsminister Donald Rumsfeld während des afrikanisch-arabischen Frühlings und des Libyen-Kriegs so trieb will er uns aber leider nicht sagen. Blicken wir also jetzt auf Europa in den entscheidenden Jahren 2014 bis 2016 Wir haben gesehen dass es in der Festung in Troja mit Beginn des großen Flüchtlingstrecks bereits Player gab die die Abwehr im Innersten vorsätzlich lahmlegten oder die Invasion sogar offensiv begünstigten US Lobbyagenten und Freimauer letztere teilweise im US Interesse handelnd teilweise im europäisch zentristischen teilweise und das sind die an der Spitze eine völlig irrationale Vorhersehung bedient Der kriegführende Generalstab von außen ist indes der aktivere wichtigere Dass der Name Thomas Barnett hier wieder einmal auftaucht sollte nicht verwundern Im November 2013 findet man ihn als Leitungsoffiziellen des privaten israelisch-amerikanischen Geheimdienstanbieters Wikistrad in Stuttgart am US-Militär-Oberkommando für Afrika Afrikum Dort zeigt er den verbeamteten Kollegen wie die nähere Zukunft auf dem schwarzen Kontinent aussehen könnte Offiziellen Angaben zufolge spielte Barnett diese gemeinsam mit den US-Militärs drei Wochen lang durch In manöverähnlichen Simulationen unter Einbeziehung von Schauspielern Im Fokus der Studien Illicit Trafficking Illicit bedeutet Illegal Trafficking wird im Englischen sowohl für das Drogen als auch für das Menschenschmuggelgeschäft verwendet Barnett will bei Afrikum seine Konzentration auf das Thema Drogen verwandt haben Hierbei gilt dreierlei zu beachten Erstens sind Schmuggelwege und Methoden bei beiden Geschäften fast deckungsgleich Zweitens ließ Barnett den Trans-Sahel-Weg durchstudieren der von Süd nach Nord genau der Weg ist den das Groh der Migranten aus Schwarzafrika eineinhalb Jahre später nach Europa zu beschreiten hatte Drittens Militär und Geheimdienste lieben es die Vorbereitung und Ingangssetzung von niedrigstufiger Kriegsführung hinter vermeintlich rein theoretischen Übungen zu verstecken Sie nutzen diese dann als Ausführungsbett Werden Ihre Akteure dann bei der realen Kriegführung erwischt können Sie das Coverspiel für das nutzen was die CIA unter dem Begriff Plausible Denialability fasst glaubhafte Abstreitbarkeit Bitte weitergehen hier gibt es nichts zu sehen das ist nur eine Übung heißt es dann Zahlreiche Indizien liegen nahe dass diese Strategie im Geheimdienst Geschäft oft zum Einsatz kommt Die Großterroranschläge von New York also 9-11 und London 7-7 sind nur zwei unter vielen Angriffen die parallel von Übungen begleitet wurden deren Inhalte den blutigen Ablauf bis ins Detail hinein widerspiegelten In London wurde sogar ein Wikistrad vergleichbarer privater Geheimdienst Kontraktor eingespannt Afrikam beschrieb Barnetts Stuttgarter Wargame Einsatz nicht im Detail Schon die dargereichten Floskeln für sich allein wirken jedoch interessant The ability to predict what a future environment might be can help people and organizations anticipate future missions and resources needed to support those missions and more importantly what engagement strategies can be implemented now to best suit an organization's strategic goals Barnett amtierte wie bereits gezeigt als strategischer Chefberater von US-Verteidigungsminister Rumsfeld über dessen dunkle Rolle am 11. September 2001 sich ganze Bücher füllen ließen Dass über das Treiben einer solch grauen Eminenz kaum tiefer gehende Daten herauskommen sollte nicht verwundern Es ist der Job von Militärgeheimdienstlern dafür zu sorgen dass man ihre Spuren allenfalls an der Oberfläche erkennt Bei George Soros liegen die Dinge schon anders Zwar ist er im gleichen Geschäft tätig wie Barnett aber Soros gilt mehr als der Mann fürs Grobe und da seine revolutzigen Unternehmungen vermeintlich privater Natur sind nimmt es Washington mit der Abdeckung dieses Freelancers nicht so genau Vermutlich ist die auch nicht machbar so sehr wie sich der Großfinancier bei Umsturzfragen ins Zeug legt Soros dessen Finanzmacht durch Verbindungsmänner wie Richard Katz Nils Taube Sir James Goldsmith auffallenden Nähen zur Bankdynastie der Rothschild aufweist schob über seinen Open Society Fonds den arabischen Frühling an durch sein American Ukraine Advisory Committee war er der Mann hinter der Destabilisierung in der Ukraine Wir finden seine verborgene Hand in der Revolutionierung Serbiens Etliche sogenannte Farbenrevolutionen kommen hinzu Immer in Zusammenarbeit mit US Geheimdienst Frontunternehmen wie NED und Freedom House stärkten seine Attacken die amerikanische Geostrategie und schwächten Gegner insbesondere Russland oder nach außen hin befreundete Konkurrenten wozu in erster Linie die EU zählt Soros Einflussnahme auf den in Europa anlandenden Flüchtlingsstrom ist unübersehbar Als Primus Interparis der osteuropäischen Islamisierungskritik sagt Ungarns Regierungschef Viktor Orbán dass Soros wörtlich vor der Öffentlichkeit verborgen und unter Einbeziehung seiner ungarischen Organisationen mit enormen Mitteln die illegale Einwanderung fördert Ende Zitat Zumindest offiziell hat keine zweite Partei so viel Geld in dieses Phänomen hineingesteckt Gegenüber dem Wall Street Journal nannte der Polit Tycoon eine atemberaubende Summe 500 Millionen Dollar Zitat Wohlgemerkt die Rede ist von Investitionen nicht von Spenden schreibt das Manager Magazin am 20. 9. 2016 Zitat weiter Allerdings beabsichtigt Soros keineswegs Gewinne mit seinem Engagement einzustreichen Den Angaben des gebürtigen Ungarn zufolge sollen eventuelle Profite in neue Projekte fließen auch solche die wiederum Flüchtlingen zugutekommen Zunächst jedoch gilt es über die Open Society Foundations eine Stiftungsgruppe von Soros die 500 Millionen in Startups etablierte Firmen sowie andere Organisationen zu investieren die sich im Kampf gegen die Flüchtlingskrise befinden oder in denen Flüchtlinge versuchen sich eine wirtschaftliche Existenz aufzubauen Möglich sind auch direkte Investments in Unternehmen die von Flüchtlingen gegründet wurden so Soros im Wall Street Journal Der Fokus liege dabei auf dem europäischen Raum Ende Zitat Diese Arbeit die wie gezeigt wird einen durchaus offensiven Charakter hat wird begleitet von Soros Allianz mit der Muslimbruderschaft die schon seit Jahren einen detaillierten Plan für die Islamisierung Europas hat Die Verbindungen des Superfinanciers zur Muslimbruderschaft kann über sein Verhältnis zu seinem neuen Sprecher Marwan Moasher sowie Mohammed El Baraday Muslimbruderschaftsführer und im Vorstand von Soros International Crisis Group zurückverfolgt werden Der tschechische Staatspräsident Miloš Seman lässt an Deutlichkeit nicht zu wünschen übrig wenn er sagt Zitat Ende Ihr Motiv sei in Europa Schritt für Schritt die Kontrolle zu übernehmen Der tschechische Präsident führt als Quelle für seine Informationslage einen Kronprinzen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und den marokkanischen Außenminister Mezua an Die Muslimbrüder sind wie es der Name bereits andeutet eine freimaurerähnliche Organisation allerdings unter islamischem Vorzeichen und anders als die okkulten Bruderschaften des Westens ganz offiziell politisch engagiert mit unvertahnten Eroberungsgelüsten und ein typischer Satz aus ihren Reihen ist Zitat Die Demokratie ist nur der Zug auf den wir aufsteigen bis wir am Ziel sind Die Moscheen sind unsere Kasernen die Minarette unsere Bayonette die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten Zitat Ende Der Ausspruch stammt vom türkischen Führer Erdogan einem Muslimbruder der seine geheimgesellschaftliche Nähe wie Merkel die ihre bei jeder sich bietenden Gelegenheit durch ein Handzeichen deutlich macht vier per Hand emporgehaltene Finger der sogenannte Rabia Groß Was in diesem Zusammenhang auffällt die Türkei war neben Libyen das Durchschleusungsland bei der Migrationsflut die eine rein islamische war Erdogan tat nichts gegen den Massentransit und das ist noch eine sehr vorsichtige Ausdrucksweise Ein weiteres Land in dem die Muslimbrüder stark vertreten sind ist Saudi-Arabien Das Königtum hatte dieses unangenehme Näheverhältnis auch zu Al-Qaida und den blutrünstigen ISIS-Mordbrennern In beiden Fällen sagte sich der Hof entgegen den Tatsachen von jeder Verbindung los Bei den Muslimbrüdern verfuhr Riad genauso 2014 nur wenige Monate vor Ingangsetzung der islamischen Bevölkerungslawine Richtung Europa erklärte man sie zur terroristischen Organisation Zemans Behauptung dass die im gesamten arabischen Raum ins Establishment hinein verwachsene Bruderschaft die Islamisierung Europas will wird durch die in diesem Raum betriebene hoch regressive Flüchtlingspolitik unterstützt Denn es fällt auf dass die unter die reichsten Länder dieser Welt zählenden Golfstaaten keinerlei Flüchtlinge aufnehmen Warum helfen diese Moslems ihren Brüdern und Schwestern nicht selbst denen aus der unmittelbaren Nachbarschaft aus Syrien und Irak Warum schickt man sie tausende von Kilometer weiter nach Kerneuropa wo die Neubürger weder mit der Kultur noch den Gesetzen sonderlich viel anfangen können Saudi-Arabien ist ein riesengroßes unterbevölkertes Land welches problemlos Millionen von Menschen aufnehmen könnte Dubai und die Vereinigten Arabischen Emirate sind Experten in schneller Errichtung von Infrastruktur und dem Bau von Häusern Geld haben diese Länder im Überfluss Kaum einem Politiker in Europa scheint in diesem Zusammenhang aufzufallen dass die begüterten Saudis auf 20 Quadratkilometern 100.000 vollklimatisierte Luxuszelte aufgestellt haben das ironischerweise im Sommer 2015 fertiggestellte Zeltlager Mina bietet Platz für drei Millionen Menschen und könnte für sich allein die Flüchtlingsproblematik im Nu lösen Saudi-Arabien will seine Kunststadt allerdings für die Pilger beim Mekka reservieren Flüchtlinge sind hier nicht willkommen die gleiche Ungastlichkeit findet sich in Israel Kuwait Katar niemand nimmt einen Flüchtling nicht einen die Golfstaaten begründen dies mit der Gefährdung ihrer Sicherheit wie stellt sich das Zustandekommen der Flüchtlingswanderung und ihre erfolgreiche Lotsung nach Europa nun im Einzelnen da Auch diese Zusammenhänge sind so aussagekräftig dass sie konkret beleuchtet werden sollen Das erste Kapitel der Erfolgsstory Umvolkung wurde in Syrien geschrieben Hier begann die Wanderungsbewegung an die sich der wesentlich größere afrikanische Exodus dann anschloss Wobei in Syrien anders als in den nachfolgenden Zulieferländern ausnahmsweise tatsächlich Notstand herrschte Weil die USA die Türkei Israel und Saudi-Arabien den sogenannten Bürgerkrieg ins Land getragen hatten um den iranischen Verbündeten Assad zu stürzen Dieser Krieg wurde mit aller Brutalität geführt Die mit Milliardensummen und modernen Waffen unterstützten überwiegend importierten Freiheitskämpfer sind zu 90% radikale Islamisten unter ihnen die ISIS-Milizen blutrünstige Steinzeit-Muslime welche sogar die afghanischen Taliban wie eine friedfertige Hochzeitsgesellschaft anmuten lassen Die syrische Zivilgesellschaft wurde durch den Krieg schwer in Mitleidenschaft gezogen Weil in einigen Orten die Versorgungslage zusammenbrach mussten Abertausende in Aufnahmelagern um Schutz nachsuchen Die Verwaltung dieser Auffangstationen oblag den Vereinten Nationen die wie wir gesehen haben bereits kurz nach dem Millennium in Studien auf die ökonomische Notwendigkeit hinwiesen Europa mit Millionen von Migranten zu befüllen Der Sondergesandte des US-Generalsekretärs für internationale Migration war Peter Sutherland Jener Mann also der laut eigener Aussage sein Ziel darin sieht die Homogenität der Völker rückhaltlos zu zerstören Sie ahnen wie die Story weitergeht? Während die syrischen Flüchtlingslager sich füllten wurden die für sie bestimmten Hilfsgelder des UN-Welternährungsprogramms im Sommer 2014 radikal um 40% reduziert sodass nun auch in den Lagern die medizinische und ernährungsseitige Versorgung mangelhaft wurde Auf die Leistungsfähigkeit der UNO-Mitgliedsländer gerechnet nimmt sich der fehlende Betrag in Syrien 280 Millionen Euro geradezu lächerlich aus die benötigten Gelder hätten von Deutschland allein aufgebracht werden können und bilden nur einen Bruchteil dessen was jetzt für die bei uns aufgenommenen Menschen bezahlt werden muss Im Sinne unbürokratischer Soforthilfe den fehlenden Betrag aufzustocken kam aber für die Bundesregierung wie auch für andere Regierungen nicht in Frage wodurch die Verhältnisse in den syrischen Auffangstationen eher schlechter als besser wurden Mittenhinein in diese Mangellage preschte nun eine mysteriöse PR-Lawine die den hilflosen Menschen einredete dass sie nach Deutschland kommen sollten Im Netz tauchten Videobotschaften auf in denen Deutschland als das Schlaraffenland erschien Es wurden Erwartungen geweckt die völlig unrealistisch sind und offenkundig auf nichts anderes abstellten als die Menschen nach Deutschland zu locken In den sozialen Netzwerken und sogar über große arabische Fernsehsender wie Al Jazeera und Al Arabia wurde verbreitet dass es in Deutschland 6000 Euro Begrüßungsgeld für jeden gibt eine Wohnung oder ein Haus ein Auto viel Arbeit mit guter Bezahlung dass man über 600 Euro pro Monat bedingungslos bekommt dass man hier kostenlos studieren kann und während des Studiums die vom Staat gestellte Wohnung vom selbigen bezahlt wird der Mythos Europa und insbesondere Deutschland wurde derart hochstilisiert dass selbst gut situierte Mittelständler in Syrien Irak Pakistan Kuwait oder in afrikanischen Staaten die unter keinem wie auch immer gearteten Außendruckverhältnis zu leiden hatten dazu gebracht wurden ihre Heimat zu verlassen um dem deutschen Überfluss teilhaftig zu werden selbst Syrer die bereits im Ausland wohnten und arbeiteten zum Beispiel in Russland der Ukraine oder den USA brachen mit ihrem bisherigen Leben um ins gelobte Land zu kommen die erste syrische Welle der Migration welche später nach entsprechenden Pauschaleinleitungen der Kanzlerin und des Bundespräsidenten Gauck die afrikanische Wanderung nach sich zog setzte sich so in Bewegung das Ergebnis berichtete die Asylkoordinatorin Isabel Sittner in einem Interview wo die Überschrift eigentlich schon alles sagt Zitat Asylbewerber fragen mich oft wann sie ihr Haus und ein Auto bekommen Zitat Ende Ende 2015 holten dann die ARD Tagesthemen einige Opfer der Desinformationskampagne vor die Kamera das folgende ist O-Ton aus dem Bericht Anmoderation Deutschland ein Schlaraffenland wo Milch und Honig fließen mit dieser Hoffnung kommen tatsächlich Flüchtlinge und ihre Erwartungen werden befeuert durch geradezu märchenhafte Erzählungen in den sozialen Netzwerken aus dem Filmbericht Ihr Ziel ist klar Deutschland denn dort sind Syrer herzlich willkommen so steht es überall im Internet so sagen es alle natürlich auch die Schlepper Migrantin in Syrien hat man gehört dass man bei Ankunft gleich ein eigenes Haus bekommt von Flüchtlingsheimen war nicht die Rede und Familie sollten gleich bei Ankunft 5000 Euro bekommen alleinreisende 3000 Die Realität ist eine Flüchtlings WG drei Zimmer fünf Personen Migrantin am Anfang war das Gefühl wie ein Schock ich konnte nicht essen und trinken bis ich diesen Nervenzusammenbruch endlich überwunden hatte eine neue Freundin kam selbst einst vom Libanon nach Deutschland sie sorgt sich es kursieren bedenklich falsche Informationen im Internet Zitat Ich habe vor einigen Tagen eine Meldung gelesen dass Frau Merkel bis 2017 drei Millionen Flüchtlinge will und außerdem hat das meine Mutter auch im Fernsehen gehört das war ein arabischer Sender Zitat Frage der Tagesthemen an drei syrische Studenten Habt ihr das auch gehört dass Angela Merkel drei Millionen Flüchtlinge will Ja klar das haben wir auch gehört als ich das hörte dachte ich Deutschland will mich und ich werde hier gebraucht das sind gute Nachrichten und wir sehen uns nach guten Nachrichten wenn du das hörst dann ist es toll er zeigt uns eine weitere gute Nachricht im Netz hier steht die deutsche armee spendiert 500.000 Euro um den Flüchtlingen zu helfen und auf dieser Seite steht die Regierung schafft in den nächsten zwei Jahren 400.000 neue Arbeitsplätze für Flüchtlinge Flüchtlinge sind ein großer Gewinn für die deutsche Wirtschaft Wer hinter Nachrichten steht was falsch und was wahr ist wissen sie nicht die Debatte um Deutschland und Flüchtlinge die Demonstrationen weitgehend unbekannt Soweit der Beitrag der Tagesthemen Was auffällt die Gerüchtelawine im Netz ist gut gemacht einige von den jungen Syrern in ihren iPhones gezeigten arabischen Seiten wirken professionell Auf einer erkennt man am unteren Textrand das Logo DW Deutsche Welle Von wem und wo wurde die Deutschlandkampagne in Gang gesetzt? Wladimir Scharlack von der Russischen Akademie der Wissenschaften analysierte zur Beantwortung dieser Frage im Spätsommer 2015 auf Twitter mehr als 19.000 Original-Tweets zum Thema Flüchtlinge von denen ich runde jetzt immer ganz grob ab ein Großteil Deutschland 50% Österreich 20% und Ungarn 10% als die Länder bezeichnete die gegenüber Flüchtlingen am offensten sind alle anderen Länder liegen abgeschlagen bei oder weit unter 5% 10% von 5704 Original-Tweets die das Hashtag Stichwort Refugees Welcome mit einem Ländernamen trugen luden 77% nach Deutschland ein 12,5% in vielen auf Österreich alle weiteren Länder lagen bei unter 5% natürlich muss man sich vorstellen dass jeder Original-Tweet vielfach kopiert und über Twitter neu verbreitet wurde und wo kommen diese Refugees Welcome Tweets überhaupt her gerade einmal 6% aus Deutschland selbst fast die Hälfte nämlich 43% stammen aus englischsprachigen Ländern davon 20% aus Großbritannien und 17% aus USA doch dies war erst der Anfang eine ganze Armee von Netbots also das sind kommerzielle Internet Kampagnen aus den USA und Australien sorgte für eine weitere Ausbreitung offensichtlich lockten Akteure aus dem angloamerikanischen Raum mit tausenden Twitter-Meldungen Flüchtlinge gezielt nach Deutschland Akteure aus den USA waren es auch die den Flüchtlingen auf der östlichen Balkanroute ein ideales Geldüberweisungssystem einrichteten noch bevor der Hauptstrom sich überhaupt in Bewegung setzte Der amerikanische Bankenkonzern Western Union hatte dafür bereits im Juni 2015 an der türkisch-bulgarischen Grenze ein dichtes Logistiknetz mit einer Vielzahl an Auszahlungsstellen aufgebaut Der Konzern weist eine Spezialisierung auf anonym Versand von Bargeld auf Auch wenn man kein Girokonto hat was für 99% der Migranten galt und gilt Die Versorgung der von der Türkei aufbrechenden Menschenmassen mit Cash konnte so zu einem Zeitpunkt sichergestellt werden wo glaubt man die Beteuerung deutscher und österreichischer Politiker noch nicht absehbar war dass derart starke Flüchtlingsströme auf dem Weg seien Warum ist diese Information so brisant fragt Epoch Times und antwortet Banken eröffnen keine noch so kleine Filiale wenn sie nicht sicher sein können damit auch Geld zu verdienen Western Union das US Unternehmen muss folglich bereits im Frühjahr 2015 Informationen gehabt haben dass hier ein großes Geschäft auf sie zurollen wird Informationen die unserer Regierung angeblich nicht zugänglich waren wir haben folglich einen Sekundärbeweis dass in Kreisen der US Finanz mit einem Anschwellen der Migration Richtung Zentraleuropa gerechnet wurde die Frage ist jetzt woher sie das wussten Ende Zitat Epoch Times dieselbe Frage wäre wie bereits früher gesagt an die Nichte des umvolkungsfreimaurerischen EU-Paten Graf Kudenhofe Kalergi zu richten die bereits Anfang 2015 von dem schrieb was dann Monate später passierte zeitlich right on spot war auch Star-Investor Soros als er im Juli 2015 deutlich machte Zitat das Migrationssystem der EU muss erneuert werden um getreu den europäischen Werten einen kollektiven und großzügigen Geist wiederzuspiegeln Ende Zitat Wir erinnern uns an Soros eigene Großzügigkeit 500 Millionen Dollar bei dem amerikanischen Umsturz und Destabilisierungsgenie das Unternehmen Massenmigration nach Europa wehrt Einige schlecht vertarnte Geldanlagestellen werden wir im folgenden offenlegen Im September 2015 fand ein britisches Sky News Reporter Team auf der griechischen Insel Lesbos kleine Handbücher die bereits in der Türkei scheinbar aber auch schon im arabischen und afrikanischen Raum an Migranten verteilt worden waren Titel Wie komme ich am besten nach Europa Darin wird in Arabisch auf der Online-Seite des Herausgebers auch in Farsi Englisch und Französisch detailliert beschrieben wie man am besten in die reichen Länder der EU einwandern kann Karten Marschrouten Rechte in den EU-Staaten Aufklärung über die speziellen Sozialsysteme und wie man sie anzapft Tipps für ein möglichst unnachgiebiges und forderndes Auftreten in Deutschland um die versprochenen Gaben auch zu bekommen welche Geschichten man den europäischen Behörden erzählen soll hier fehlt es wahrlich an nichts Herausgeber der Schriften ist der Verein W2 EU was für Welcome to Europe Willkommen in der EU steht W2 EU ist eine typische NGO eine Nichtregierungsorganisation die offen zum Rechtsbruch auffordert und gehört über ihre Mutterorganisation Border Monitoring EU die wiederum zum Migrants Rights Network gehört zum Open Society Netzwerk Inhaber George Soros Kommen wir zur nächsten strittenzieherischen Auffälligkeit Am 12. August 2015 meldete die Wochenzeitung Epoch Times in ihrer Online-Ausgabe Zitat Gemäß Informationen eines Mitarbeiters des österreichischen Abwehramts sollen Erkenntnisse darüber vorliegen dass US-Organisationen die Schlepper bezahlen welche täglich tausende Flüchtlinge nach Europa bringen schreibt Info Direkt AT Das Abwehramt ist der Nachrichtendienst des österreichischen Bundesheeres und untersteht dem Bundesministerium für die Landesverteidigung Schlepper verlangen horrende Summen um Flüchtlinge illegal nach Europa zu bringen Die Bedingungen sind oft sehr schlecht Trotzdem kostet ein Transport aktuell zwischen 7.000 und 14.000 Euro nach Region und Schlepper Organisation unterschiedlich Es gibt Erkenntnisse darüber dass Organisationen aus den USA ein Kofinanzierungsmodell geschaffen haben und erhebliche Anteile der Schlepperkosten tragen Nicht jeder Flüchtling aus Nordafrika hat 11.000 Euro in Cash Fragt sich niemand woher das Geld kommt Über derartige Zusammenhänge herrscht eine strikte Nachrichtensperre schreibt Info Direkt AT Auch der Auslandsgeheimdienst Heeres Nachrichtenamt hat keine Informationen bekommen oder darf sie nicht weitergeben Soweit das Zitat der Epoch Times mit Verweis auf Info Direkt AT Stimmen die Angaben in dem heute unter seiner URL nicht mehr einsehbaren Artikel dann wäre das nur eine weitere Bestätigung wie stark US-Kreise in die Migratisierung Europas verwickelt sind Nothing new würde der Anglo-Amerikaner dazu sagen somit eigentlich kein Grund von allerhöchster Stelle ein Informationsverbot zu verhängen Warum nicht die vermeintlich humanitäre Maßnahme als eben solche begründen als einen Akt im Sinne der Nächstenliebe und Menschlichkeit Die einzige Erklärung warum das Pentagon und sein outgesenster Freelance Destabilisator Soros diese Argumentationsschiene nicht nutzten ist die dass das angesprochene Kofinanzierungsmodell eben recht wenig mit Nächstenliebe und Menschlichkeit zu tun hat Werfen wir noch mal einen Blick auf die nackten Zahlen 10.000 Euro Schlepperkosten sind tatsächlich zu viel Geld als dass wir davon ausgehen können dass die überwiegende Mehrzahl im Millionenherr der afrikanischen Migration diese Summe mal eben von seiner Bank abgehoben hat Und es ist hochgerechnet auf die Masse der in Bewegung gesetzten Menschen selbst für die Portokasse der US-Geheimdienste oder die Brieftasche des Herrn Soros keine gerade kleine Summe Die Vorstellung dass man jenseits des Atlantiks einfach so einen mehrstelligen Milliardenbetrag locker gemacht hat erscheint schwer glaubhaft schon überhaupt wenn man das US-typische unternehmerische Denken das längst auch im militärisch geheimdienstlichen Komplexeinzug gehalten hat mit in Rechnung stellt Schon das Wort Finanzierungsmodell ein Bankterminus zeigt dass es bei der Migrationsunterstützung darum ging das gegebene Geld bereits kurzfristig gut verzinst zurückzubekommen Unterstrichen wird das noch durch George Soros beharren gegenüber dem Wall Street Journal sein Betrag von einer halben Milliarde sei keine einseitige milde Gabel sondern ein Investment bei dem ein Unternehmer immer auf einen gewinnhaften Rückfluss rechnet Wer nun zurecht fragt wie Mittellose aus den entlegensten Regionen Schwarzafrikas dieses Sponsoring zurückgeben sollen und was an dieser Rückzahlung so wenig menschenfreundlich sein mag dass darüber eine Totalsensur verhängt wird der mag sich zur Abwechslung einmal mit dem Thema Organhandel befassen und dabei insbesondere mit der Tatsache dass der Verkauf einer Niere oder einer Leber dem Spender exakt jene Summe feil bietet die man für die Bezahlung der Schlepper nach Europa benötigt und dass die Gewinnmarge bei den Tradern anschließend mal 10 bis 30 zu rechnen ist er oder sie mag die Begriffe George Soros und Organ Trafficking in die Google Suchleiste eingeben auch mit Bezug auf den Kosovo eine zentrale Nahtstelle des modernen Menschenhandels ich bitte dabei zu bedenken dass ausgerechnet George Soros seinen fulminanten Aufstieg zum Supermilliardär mit Geschäften begann in denen verzweifelte Menschen ihr letztes Hab und Gut zu Geld machten mit dem sie für sich und ihre Angehörigen an einem anderen Ort die Chance auf ein neues Leben suchten Dass der Organhandel nachweisbar eine ebenso tabuisierte wie gewichtige Rolle in der Finanzierung der augenblicklichen Massenmigration spielt steht außer Zweifel wer sich darüber informieren will kann es anhand der beigestellten Quellen gern tun Im sechsten Schritt unserer Checkliste How to Manage Mars Migration fragen wir wer ist eigentlich für den Schiffstransport ins europäische Kernland zuständig Dass zumindest die Süd-Nordroute von Libyen hin auf italienisches Territorium durch lokale Schlepperbanden per Schlauchboot nicht zu stemmen ist dürfte klar sein Bereits im Spätsommer 2015 lesen wir dazu in einem mit Das Geheimnis hinter der Massenzuwanderung geschlagzeilten Artikel Zitat Es gibt Hinweise auf Verbindungen der Schleuserbanden zur Internationalen Organisation für Migration IOM Diese ist eine NGO gesteuert von der CIA die sogenanntes Migrationsmanagement betreibt Deren Generaldirektor William Lacey Swing ist zugleich ein CIA Agent der bereits als US-Botschafter in mehreren afrikanischen Staaten wie Liberia Südafrika oder der Republik Kongo tätig war dort 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 hat er unter anderem die Übernahme der Regionen durch das US-Militär vorbereitet er war es auch der zum wiederholten Mal Europa dazu aufgerufen hatte doch mehr Flüchtlinge aufzunehmen die Schleuser welche diese Flüchtlinge in Boote setzen und dem Schicksal überlassen stehen in Kontakt zur IOM die IOM ihrerseits benachrichtigt dann Küstenwache und die EU Grenzschutzagentur Frontex und gibt die Position der Menschen durch die mitten auf dem Meer um ihr Überleben kämpfen dort können die Boote dann von Marine Küstenwache und anderen Organisationen aufgebracht oder je nach Bedarf versenkt werden Zitat Ende Die Information dass die Flüchtlinge mitten auf dem Meer um ihr Überleben kämpfen ist nicht ganz richtig Auch Marine und Küstenwache spielen hier eher eine untergeordnete Rolle denn die IOM informiert lieber die anderen Organisationen die Steins in seiner Aufzählung zuletzt anspricht NGOs die fast alle unter amerikanischer Flagge segeln und meist Überraschung mit George Soros in Verbindung stehen Es war die britische Tageszeitung Daily Mail die aus Tripolis berichtete dass es Hinweise darauf gibt denen zufolge einschlägige NGOs entgegen ihrer eigenen Dementis mit den Schleppern in regelrechten Geschäftskontakten stehen und diese auch lotsen Tarek Schanbour Oberstleutnant der libyschen Küstenwache sagte dem Blatt Oton er habe Bankdaten und Telefonmitschnitte die das beweisen und ebenfalls zeigen dass die NGOs auch Geld für Migranten aufbringen die sich die teure Überfahrt nach Europa selbst nicht leisten können er habe entsprechende Belege für Absprachen zwischen Stiftungen und Schleppern an Grenzwacht Funktionäre in Brüssel weitergereicht Schanbour wörtlich die NGOs verstärken die Krise durch dieses Verhalten wir können jetzt beweisen dass sie mit den Schmugglern unter einer Decke stecken die Schmuggler rufen die Hilfsorganisationen direkt an und es gibt auch direkte Geschäftsbeziehungen zwischen ihnen Martin Martin Sellner unerklärter Kapitän der Identitären Bewegung der mit einem geschatterten Schiff in libyschen Gewässern den Schlepperbanden auf die Spur rückte meldete als einer der ersten dass von NGOs betriebene Schiffe die Flüchtlinge bereits wenige Kilometer vor der libyschen Küste aufnehmen bestätigt wurde diese Beobachtung von der niederländischen Stiftung Gefira die über mehrere Monate den Schiffsverkehr zwischen Libyen und Italien mit Hilfe des professionellen Positions-Tracker-Dienstes MarineTraffic.com observierte dabei wurde konkret ein Dutzend Schiffe verfolgt die NG ausgehörten oder von ihnen gemietet waren sie alle verließen regelmäßig italienische Häfen begaben sich in den Süden hielten vor der libyschen Küste kurz an holten ihre Menschenfracht an Bord und nahmen dann wieder Kurs auf ihre Häfen in Italien die Schleuser als kooperierende Partei benutzen derweil hochsee untaugliche Schlauchboote die so wieder G4er wörtlich einige Seemalen durchhalten was gerade reicht um die Flüchtlinge mit einem der Schiffe abzuholen die den zahlreichen NGOs angehören und 8 bis 12 Seemeilen von der libyschen Küste entfernt abwarten die Menschen werden dort an Bord genommen Ende Zitat sie sie wie gesagt nicht in den nächstgelegenen nordafrikanischen Hafen also nach Libyen oder Tunesien gebracht sondern auf erheblich weiter entferntes europäisches Territorium meist nach Italien oder Malta die NGOs brechen damit systematisch das internationale Seerechtsübereinkommen was aber von der Europäischen Kommission nicht geahndet wird Gefierer weist darauf hin dass die Schmuggler kurz nachdem sie die internationalen Gewässer erreicht haben ein Rettungssignal an die patrouillierenden Schiffe senden die Schlepperei ist demnach sehr professionell organisiert Englands ältestes Nachrichtenmagazin Spectator bestätigte den mediterranen Shuttle Service in einem ausführlichen Hintergrundbericht die Redaktion hat ihren Artikel eine Zeichnung beigestellt die ein Schlepperschlauchboot neben einem NGO Schiff zeigt auf welchem in Leuchtschrift das Wort Taxi prangt über die Taxi Unternehmer schreibt wiederum die dänische Europe News unter der Schlagzeile ein profitables Geschäft im Mittelmeer Zusammenarbeit von NGOs und Schleppern am 24. April 2017 Auszugsweise lesen wir Fangen wir mit der größten Organisation an und das ist ohne Zweifel Ärzte ohne Grenzen die im Jahr 2016 drei Schiffe hatte Dignity 1 Bourbon Argos und Aquarius heute ist nur noch die Aquarius aktiv sowie ein neues 75 Meter langes Schiff namens Prudence mit 1000 Schlafplätzen ein gigantisches Schiff einer der Gründer ist Bernard Kushner ein Arzt der aber mehr in der Politik als im OP aktiv war Im Jahr 2007 wurde er von Nicolas Sarkozy zum Außenminister jener Regierung ernannt die Mohammed Gaddafi bombardierte und aus Libyen ein gesetzloses Land gemacht hat und von wo aus nun die Migrantenboote starten Menschen die mit Ärzte ohne Grenzen zu tun haben kann man gleichzeitig als Ursache und Lösung der Migrationskrise beschreiben Die Organisation gibt gewaltige Summen zur Rettung von Flüchtlingen scheint aber keinerlei Geldprobleme zu haben Im Jahr 2016 nahmen sie 38 Millionen Euro ein dank 320.000 Spendern 9,7 Millionen Euro an Geldgeschenken davon wurden 1,5 Millionen zur Erhaltung der Bourbon Argos benutzt und 3,3 Millionen kamen von Firmen und Stiftungen herausragend dabei die Open Society Stiftung von George Soros Open Society und Ärzte ohne Grenzen schieben auch munter Personal hin und her ganz so als ob es eine Familie wäre Zufälligerweise finanziert Soros auch noch eine weitere Organisation die ziemlich aktiv ist bei der Rettung von Flüchtlingen Save The Children Die anerkannte internationale Organisation betreibt unter anderem ein 62 Meter langes Schiff die Vos Hestia die unter italienischer Flagge fährt und zwei Rettungsboote hat Geld scheint kein Problem zu sein im Jahr 2015 standen 80,5 Millionen Euro in den Bilanzen Die merkwürdigste Organisation heißt MOAS Migrant Offshore Aid Station eine maltesische Organisation mit zwei Schiffen Phoenix und Topaz Responder mehreren Rettungsbooten und Drohnen MOAS wurde 2013 von dem italienischen Unternehmerpaar Christopher und Regina Catambrone gegründet die dank der Tangher Group einer Versicherungsagentur die sich auf Nothilfe und Geheimdienst Operationen wörtlich spezialisiert hat zu Millionären wurden Unter ihren vielen und reichen Partnern sind Avats Org die 500.000 Euro gespendet haben die sich wiederum auf Move On Org zurückverfolgen lässt die wiederum zu dem omnipräsenten George Soros gehört Nicht genannt wird im Artikel der Europe News übrigens die antifaschistische britische NGO Hope Not Hate die mit falschen Anschuldigungen gegen Sellners Defend Euro Projekt zwei ergebnislose Polizeieinsätze gegen sein Schiff provozierte Durch ein Dokumenten Leak kam heraus dass auch diese Organisation von Soros Open Society finanziell unterstützt wird Am Ende musste natürlich auch siebtens im kleinen Grenzverkehr die letzte Hürde ins gelobte Deutschland genommen werden Die Merkel Regierung setzte dem relativ schnell keinen Widerstand mehr entgegen und machte im übertragenen Sinne sogar alle Türen auf Gut möglich dass die Strippenzieher der Massenmigration durch ihre guten Verbindungen in den deutschen Apparat von Anfang an auf diese Entscheidung setzen konnten Da aber bekanntlich doppelt genäht besser hält bekümmerte man sich auch um die Privatisierung der formal ungesetzlichen illegalen Einreise Wie schon während des arabischen Frühlings gaben sich hier wieder einmal Anarchisten dafür her der imperial globalistischen Subversion als Werkzeug zu dienen In Deutschland war es das damals durchweg mit angloamerikanischen Aktivisten besetzte Berliner Kollektiv Peng das sich als Fluchthelfer betätigte Ihre zum Erwerb einer passenden Endung in Indien gehostete Migrations Homepage Domain ist siehe ebenfalls unter dem Video fluchthelfer.in Hier werden deutschsprachige Europäer dazu aufgefordert illegale Flüchtlinge ebenso illegal über die Grenze nach Deutschland und Österreich zu schleusen Die Webseite bietet zahlreiche Tipps und Tricks wie man zu einem professionellen Fluchthelfer wird Die einzelnen Ausführungen strotzen vor Selbstbewusstsein Zitat Werde Fluchthelferin Werde jetzt Fluchthelferin und unterstütze Menschen auf ihrem Weg in eine bessere Zukunft Du kannst zum Beispiel auf dem Rückweg aus dem Urlaub Flüchtende mitnehmen Im Rahmen einer Fluchthilfetätigkeit könnt ihr dazu beitragen eine freie Gesellschaft möglich zu machen Innerhalb des Schengen-Raums ist das sogar ohne signifikantes Risiko und relativ einfach zu realisieren Wir wissen von vielen Menschen die Fluchthilfe leisten wollen Auf der anderen Seite wissen wir von Ministerien und Polizeiverbänden die mit den Säbeln rasseln um das aufzuhalten Beschwer dich Das größte Hindernis für die Fluchthilfe die Grenzkontrollen der deutschen Bundespolizei Teile den Zuständigen mit dass für Racial Profiling in Europa kein Platz ist In den meisten Fällen dürften Fluchthelferinnen selbst wenn sie erwischt werden sollten nach unserer Einschätzung straffrei bleiben oder zumindest mit einer Geldstrafe davon kommen vor allen Dingen das erste Mal Ende Zitat Möglich dass das PEN-Kollektiv den Aufruf selbst formulierte sicher sogar dass es als unmittelbarer Ansprechpartner vor Ort dient nur Besitzer beziehungsweise Betreiber von Fluchthelfer.in sind die Berliner Anarchos offenkundig nicht eine Domain Who ist Abfrage besagt jedenfalls hinter Fluchthelfer.in steht die US-Organisation Ein-Rand Institute Da gibt es einige Inhaberdaten ein Name Bernhard Picoret eine Firma Ein-Rand Institute wird genannt die Anschrift und eine Telefonverbindung führen in die USA und dann gibt es noch eine Kontakt-E-Mail zu einem Paul-Rübeck at riseup.net Das Ein-Rand Institute ARRI ist ein US-amerikanischer Think Tank in Irvine Kalifornien der die Ideen von ein RAND den sogenannten Objektivismus verbreitet Der Think Tank wurde 1985 drei Jahre nach RANDs Tod von Leonard Peikoff RANDs Schüler gegründet Executive Director des ARRI ist Jaron Brook Was nun verwirrt ist die Tatsache dass ARRI keineswegs für eine Migrations- oder Islamfreundliche Agenda steht Ganz im Gegenteil Der deutschsprachige Wikipedia-Eintrag zum Ein-Rand Institute vermerkt explizit dass in den Schriften der Organisation ein Zitat sehr hartes Vorgehen im Krieg gegen den Terror gefordert und Multikulturalismus mit Rassismus gleichgesetzt wird Zitat Ende Von daher sollte es nicht verwundern und in diesem besonderen Fall auch ernst genommen werden dass ARRI jegliche Verbindung zu Fluchthelfer.in sofort empört dementierte Die der nationalliberalen österreichischen FPÖ nahestehende Nachrichtenseite Unzensuriert AT stellt bei der kriminellen Internetseite ebenfalls die Verbindung zum Ein-Rand Institut in Frage Die Arbeitsweise lesen wir spreche viel eher dafür dass die Revolutionsschmiede von George Soros hinter der ganzen Aktion stehen Unzensuriert wörtlich weiter Falls eine Verbindung zu Soros Aktivitäten besteht hätte der Eintrag des Ein-Rand Instituts in den Registrierungsdaten der Webseite durchaus seinen Charme im Sinne einer besonders perfiden False Flag Aktion denn Soros gilt als erbitterter Gegner von Ein-Rands Ideen Im Jahr 2011 lancierte eine von Soros finanzierte Gruppe eine Medienkampagne gegen den Kongressabgeordneten Paul Ryan von den Republikanern dem unter anderen Begeisterung für Ein-Rands Ideen vorgeworfen wurde Fakt ist eine Domain kann unter jeder beliebigen Organisation registriert werden auch ohne deren Wissen was den parteinahen Block nun dazu brachte die Person des Anmeldenden näher unter die Lupe zu nehmen wie der O-Ton Bernard C. Picochet entpuppte sich dabei nach Internetrecherche als erfundener Name tatsächlich existent ist allerdings ein Paul von Ribeck dem wohl auch die in der Registrierung der Webseite eingetragene Kontaktmailadresse paulribeck at riseup.net gehört er steht wie der unter dem Video befindliche Quellenlink zeigt in Verbindung mit dem Peng Kollektiv das Rise Up Kollektiv dem Ribeck laut seiner Mailadresse offensichtlich ebenfalls angehört definiert sich wiederum so O-Ton das Rise Up Kollektiv ist eine autonome Einrichtung mit Sitz in Seattle USA mit Kollektivmitgliedern weltweit unser Ziel ist die Schaffung einer freien Gesellschaft einer Welt mit Freiheit von Not und Freiheit der Meinungsäußerung einer Welt ohne Unterdrückung oder Hierarchie wo die Macht gleich verteilt ist wir tun dies indem wir unsere verbündeten Kommunikations- und Computerressourcen zur Verfügung stellen die sich im Kampf gegen Kapitalismus und andere Formen der Unterdrückung engagieren Ende Zitat Am gleichen Ort heißt es inzwischen auch auf Deutsch wir arbeiten an der Revolution für eine freie Gesellschaft All das klingt zumindest von der Programmatik her wie eine Soros Stiftung Übrigens die Internetseite Fluchthelfer.in ist in dieser Art weltweit einzigartig es ist interessant dass sich Rise Up als amerikanische Organisation nur in Deutschland für offene Grenzen verwendet eine vergleichbare Kampagne aber nicht zu Hause fährt Fluchthilfe von Mexiko in die USA könnte ja für diese Streppenzieher durchaus ebenfalls Thema sein ist es aber nicht auch das verstärkt die Vermutung dass US Geheimdienste und somit die US Regierung oder der politisch auf europäische Umstürze spezialisierte Soros hinter dieser Kampagne stecken beide haben die Mittel beide haben das Know-how beide verfügen über Lobbyzugänge ins europäische Establishment das sich abwehrtechnisch in der Migrationsfrage auffallend schwach darstellte Einflüsterungen der Freimaurerei müssen hier nicht das einzige und letzte Glied in der Entscheidung zum Nichtstun gewesen sein dass es im Sommer 2015 ein stilles Einverständnis oder sogar Mittun seitens der Angegriffenen gab zeigt nicht zuletzt die Tatsache dass das Fluchthilfeprojekt trotz offenem Aufruf zu Rechtsbruch juristisch nie zur Verantwortung gezogen wurde Mehr noch Fluchthelfer.in hostet auf seiner Netzheimseite einen sehr aufwendig und teuer produzierten Promofilm in dem die ach so obrigkeitsfeindlichen Anarchisten mit bitte festhalten eine Auszeichnung durch die Europäische Union werben Laut eigener Aussage vom 7. August 2015 habe man für die Schleppertätigkeit sogar das Europäische Verdienstkreuz am Bande bekommen dieses scheinbare Unding ist kein Einzelfall neben linken und linksextremen Organisationen förderte die Europäische Union und dazu noch das staatliche Goethe-Institut die noch mal festhalten zweite internationale Schlepper- und Schleusertagung die vom 16. bis 18. Oktober 2015 in der Kongresshalle der Münchner Kammerspiele stattfand zeitgleich mit dem Open Border Kongress In einer Selbstbeschreibung erfahren wir wörtlich die ISS 2015 präsentiert sich erneut als die relevante Fachtagung der weltweit agierenden Fluchthilfeunternehmen Wichtigstes Tagungsziel 2015 ist die Imageaufwertung sowie die damit einhergehende Neubewertung der Dienstleistungen Schleppen und Schleusen Zitat Ende Aus formaljuristischen Gründen breiteten die Veranstalter den Deckmantel der Kunst über ihr Event Dass man es in der Realität nicht mit einer Spaßveranstaltung zu tun hatte wurde jedoch jedem Besucher vor Ort schnell klar Es ging um Fakten Informations- und Erfahrungsaustausch Vernetzen Projektanbahnung Planung Alles zum Thema Fluchthilfe Künstler stellten allenfalls ein Seitenprogramm Alles mitbezahlt vom deutschen Steuerzahler dessen Geld bekanntlich sowohl in die Kassen der EU als auch die des Goethe-Instituts fließt Bestimmten auf den Podien Wissenschaftler Aktivisten und Journalisten das Bild der Veranstaltung die ganz offen die personell verantwortlich zeichnenden Personen benennt Es sind fünf Unter diesen fällt ein Akteur sofort ins Auge Bernd Kasparik Ausgerechnet auf ihn ist die Homepage der Schlepperorganisation W2EU Welcome to Europe zugelassen Die wir erinnern uns die Massenmigration bereits vor der EU Außengrenze mit speziellen Reiseführern begrüßte Und auch das nochmal zur Erinnerung W2EU gehört über ihre in München mit auftretende Mutterorganisation Border Monitoring EU die wiederum zum Migrant's Rights Network gehört zu Soros Open Society Netzwerk Die prominent finanzierte Münchner internationale Schlepper- und Schleusertagung verlief übrigens ungestört Die Polizei kam natürlich auch nicht Dafür Vertreter verschiedener Mainstream-Medien die durchaus lobende Worte fanden Ist Deutschland komplett durchgedreht? Die Frage ist durchaus berechtigt Man muss aber fairerweise hinzufügen dass auch das benachbarte Ausland seine Stilblüten anzubieten hat So filmte der Staatssender France 2 Anfang September 2015 im türkischen Migrationshorts Bad Bordrum die französische Honorarkonsulin Françoise Olkay wie sie in einem großen selbstbetriebenen Laden Schlauchboote an Schlepper und Migranten verkaufte Über dem Geschäft wehte stolz eine französische Fahne Am Eingang prangte das Schild französische Honorarkonsulin gefragt ob sie wisse dass ihre Tätigkeit illegal sei und Menschenleben gefährde zuckte die Staatsdienerin einfach mit den Schultern wenn sie es nicht täte so die Antwort würden es andere tun schließlich seien vor Ort auch türkische Staatsbeamte am Schmuggelgeschäft beteiligt der Bürgermeister die Hafenaufsicht der Präfekt der Region die englische BBC kommentierte der Vorfall sei eine riesenblamage für das französische Außenministerium die Dame wurde ihres Postens enthoben das Handling der Migrationskrise durch die betroffenen zentraleuropäischen Staaten zeigt wir haben es nicht nur mit einer feindlichen Operation von außen zu tun die Schlepperklicke fand sich von Anfang an auch in den Zielländern der Menschenströme und zwar in höchsten Positionen Wer nun denkt hier säßen in den zuständigen Ämtern und Regierungsbehörden überall kleine Angestellte des Soros Konzerns greift zu kurz sicher gibt es diese aber das ausgespannte Netz des Umsturz Mäzens funktioniert in den meisten Fällen subtiler es ist weiter insbesondere in die Medienlandschaft und regierungsamtliche Vorfeldorganisationen hinein verwoben Der ungerichtstämmige Milliardär finanziert so Viktor Orban in einem Interview Anführungszeichen zahlreiche als zivile Vereine getarnte Lobbyorganisationen und unterhält ein richtiggehendes Netzwerk mit eigenen Sprechern eigenen Medien vielen hundert Menschen einer eigenen Universität Anführungszeichen Das ist das Vorgehen die Situation in Ungarn in Brüssel läuft dieses Lobbying noch viel intensiver und deshalb noch funktionstüchtiger Wie erfolgreich der US-Haudigen im schlagenden Herz der Europäischen Union seine Ideen durchsetzt offenbarte sich als Datenbanken von Soros im August 2016 einem groß angelegten Hackerangriff ausgesetzt worden Die verantwortliche Transparency Gruppe DC Leaks veröffentlichte im Zuge ihrer Aktion Hunderte von internen Dokumenten aus mehreren Kampfbüros des Milliardärs insbesondere aus den Stiftungen der Open Society Foundation Unter ihnen findet sich auch ein Dokument über die Einschätzung von EU-Abgeordneten unter dem Titel Verlässliche Alliierte im Europäischen Parlament Es Es listet jene Abgeordneten des EU-Parlaments auf, die den Werten der Soros Organisationen in der Legislaturperiode 2014 bis 2019 nahestehen oder sie aktiv unterstützen Insgesamt werden von 751 Abgeordneten des Europaparlaments nicht weniger als 226 im Dokument aufgelistet Das sind fast ein Drittel Aus Deutschland werden vor allem Mandatsträger der Grünen Linken aber auch der Liberalen und Sozialdemokraten angeführt Darunter etwa die linken Abgeordneten Cornelia Ernst Sprecherin der Delegation Die Linke im Europäischen Parlament und Gabriele Zimmer Vorsitzende der Fraktion der Vereinten Europäischen Linken Nordische Grüne Linke Aber auch Alexander Graf von Lambsdorff im Europaparlament Vorsitzender der FDP Gruppe stellvertretender Präsident des Europäischen Parlaments Rebecca Harms von den Grünen im Europaparlament bis 2016 Vorsitzende der Fraktion Die Grünen Europäische Freie Allianz und der CDU Außenpolitiker Elmar Broek Vorsitzender des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten des Europäischen Parlaments Dass sowohl der in die deutsche Politik übergewechselte bisherige Europaparlaments Präsident Martin Schulz sowie seine sämtlichen Stellvertreter außerdem alle Mitglieder des Präsidentenrates sowie alle Questoren den Soros-Idealen und Organisationen nahestehen überrascht nicht Um zu verstehen wie diese ideologischen Eingemeindungen zustande kommen reicht ein kurzer Blick auf die Usancen der Lobbypolitik die seit vielen Jahrzehnten dem gleichen Reglement folgen Im einfachen Headhunting werden Politiker ganz direkt geworben sprich finanziell und logistisch unterstützt Daneben wird im politischen und medialen Instanzenpool erst Präsenz aufgebaut dann Meinungshoheit hergestellt und schließlich auch durchgesetzt nötigenfalls auch mittels Druckausübung Ein gutes Beispiel für letzteres Vorgehen vollzieht das seit 2005 in Brüssel einflussreiche European Programme for Integration and Migration EPIM eine der wichtigsten Pro-Immigrations-NGOs die Soros Open Society Foundation Schulter an Schulter mit anderen internationalen Stiftungen zusammengerechnete Kapitalsumme von mindestens 34 Milliarden Euro sponsert Das EPIM welches auf europäischer Ebene Pro-Migrations-Lobbys vernetzt überwacht unter anderem die Medienberichterstattung in Europa schreibt die langjährige Tagesschausprecherin und Moderatorin Eva Herrmann in der Wochenzeitung Preußische Allgemeine weiter schon 2012 hieß es dort Europa sehe sich zunehmendem Populismus ausgesetzt die Politik und Mediendebatte sei immer stärker polarisiert kurz darauf wurden EU-weite Kontroll- und Monitoring-Programme eingesetzt auf deren Grundlage seither die Medien zum Thema Immigration streng überwacht werden politisch unkorrekte Übeltäter wie Ungarn oder Tschechien werden seither öffentlich abgestraft wer sich also wundert dass Deutschlands Massenmedien meist gleichgeschöldete Unwahrheiten berichten mag hier einige Gründe erkennen das EPIM Partnernetzwerk ist riesig es hat heute über 450 Organisationen in 45 europäischen von Immigration betroffenen Staaten als Partner die es mitfinanziert wer bei EPIM unterkommt erhält nicht nur Geld sondern auch vielzählige Einladungen nach Brüssel dort wird er zielgerichtet und migrationskonform geschult und umerzogen Zitat Ende Wie das politische Selbstverständnis und die Arbeit im Partnernetzwerk von EPIM beschaffen ist zeigt uns die Robert-Bosch-Stiftung die sich beim Thema Migration ganz auf der Linie der Open Society Foundations bewegt Neben fünf weiteren Bereichen wie Gesundheit und Bildung widmet sie sich unter dem Kapitel Gesellschaft der Migration und Integration Hier lesen wir auf der Stiftung eigenen Homepage Zitat Ohne kulturelle und religiöse Vielfalt ist Deutschland nicht mehr denkbar Schwarz-Rot-Gold ist längst bunt Für uns und unsere Projektarbeit bedeutet das von Sonderprogrammen für Migranten zu einer aktiven Gestaltung der kulturellen und religiösen Pluralität der Gesellschaft zu kommen Durch unsere praxisorientierte Arbeit wollen wir darüber hinaus zu der Etablierung einer wirkungsvollen Willkommens- und Anerkennungskultur für Zuwanderer in Deutschland beitragen Zitat Ende Ein krachender Arschtritt an die deutsche Leitkultur und ein Teddybär-Massenwurf im Dienste der Umvolkung Noch was? Ja Der Islam in Deutschland liegt der Stiftung noch besonders am Herzen Deshalb fördert man wie es heißt Projekte und Initiativen junger Muslime die in ihrem Lebensumfeld etwas verändern wollen Die Anforderungskriterien sind simpel Erstens Im Projekt soll sich die Motivation der muslimischen Gläubigkeit abbilden Zweitens Die Arbeit soll sichtbar machen wie vielfältig der Islam in Deutschland ist Und drittens Es soll die gesamte deutsche Gesellschaft angesprochen und gewonnen werden also auch die Christen Wie kann das vonstatten gehen? Es geht mit Kinderbetreuung mit Diskussionsveranstaltungen in Jugendzentren mit Vorträgen zum Islam an der Universität Das sind die Vorschläge die die Homepage macht Die abschließende Konklusio lautet Die Jugendlichen tun Gutes und begründen das mit dem Islam und ihrem Glauben Dieses Engagement ist wichtig für uns alle Gäbe es einen Allahu Akbar Förderpreis für Islamisierung die Robert-Bosch-Stiftung hätte ihn sich redlich verdient Im Prinzip könnte einen das kalt lassen läge das Stiftungsvermögen nicht 200 Millionen über der Milliardengrenze und wären die Beziehungen der Boschianer nicht so vortrefflich Tippt man einen führenden deutschen Politiker oder Medienfunktionär zusammen mit der Robert-Bosch-Stiftung in die Google-Bild-Suchleiste dann kann man darauf wetten dass sein Gesicht bei einem Empfang in den herrschaftlichen Hallen des Stuttgarter Stiftungspalazzos aufpoppt und bitte auch das im Auge behalten diese Stiftung ist nur eine von vielen anderen umvolkungs- und islamisierungsbegeisterten Stiftungen denen auf der Kontraseite praktisch keine im Einfluss vergleichbare Trägerschaft gegenübersteht ich will an dieser Stelle nur einen weiteren privaten Nebenregierungsplayer benennen es ist die Europäische Stabilitätsinitiative EV kurz ESI Sie haben richtig gehört EV also ein eingetragener Verein das klingt nach Taubenzüchtern geradezu läppisch aber diesen äußerlichen Rahmen finden wir bei verschiedenen wichtigen Lobbygruppen die in Wahrheit sehr mächtig sind weil sie enorme Geldmittel zur Verfügung haben und dazu beste Verbindungen zur Politik dem Militär den Geheimdiensten der Diplomatie und den Medien So ist das auch bei der Europäischen Stabilitätsinitiative Man erkennt es bereits an den ersten Förderern die Robert-Bosch-Stiftung das Open Society Institute die Rockefeller-Stiftung die Europäische Kommission das Deutsche Auswärtige Amt der German Marshall Fund of the United States das sind nur einige Namen Tätigkeitsschwerpunkt der ESI bilden laut Wikipedia die Länder Südosteuropas im Hinblick auf die europäische Einigung zu Deutsch man will diesen politisch und ökonomisch nicht immer stabilen Raum in die EU integrieren viele Entscheidungen der Merkel-Regierung in der Flüchtlingskrise gehen auf sogenannte Beratungspapiere eben dieser globalisierungsbesessenen Lobbygruppe zurück Sie entwickelte beispielsweise 2015-16 den Merkel-Plan ein Programm bei dem a. zwischen 2.000 und 500.000 syrische Flüchtlinge aus der Türkei direkt nach Deutschland transportiert werden sollten vorgeblich um die Türkei zu entlasten und gleichzeitig sollte ein direkter Widerspruch b. ein Rückführungsabkommen mit der Türkei umgesetzt werden und alle Flüchtlinge welche Europa über die Ägäis oder über die türkisch-griechische Landesgrenze erreichen in die Türkei abgeschoben werden Teil a des Plans der Import hunderttausender Migranten wurde im Türkei-Abkommen vom März 2016 umgesetzt Teil b die Migrationsrückführung ging dagegen vollkommen in die Hose man darf zu Recht bezweifeln ob die ESI dieses Vorhaben jemals überhaupt vorgehabt hat sonst kann man noch von dieser ungewählten und mit Orden behängten Karnevalstruppe sagen dass sie die Zusammenarbeit mit der Türkei gern mit Merkels Lieblingsbegriff alternativlos belegt dass sie ebenfalls wie Merkel vor einer Urbanisierung der EU warnt dass sie im Februar 2017 den sogenannten Malta-Plan entwickelte demzufolge die juristisch geltende Dublin-Regelung durch den Schornstein gejagt wird und dass sie laut dem gleichen Plan eine offizieße Sprachregelung empfiehlt der zufolge die Einwanderung auf 100.000 Menschen pro Jahr fixiert werden soll auch dieser Ball wurde von den Berliner Systemparteien sofort angenommen und im Spätsommer zur Grundlage der Regierungsbildungsgespräche gemacht die Bosch-Stiftung und die Europäische Stabilitätsinitiative diese zwei mit dem European Program for Integration and Migration verbundenen und von George Soros geförderten trojanischen Pferde auch des US-Pentagon begünstigen die Islamisierung Europas wo es nur geht sie treffen hier auch in Deutschland auf Politiker die zum Teil den ökonomiestrategischen Leimruten der Vereinten Nationen Glauben schenken oder die zum anderen Teil den okkulten Bruderschaften angehören oder gehorchen welche Kalergis hellbraune Welt Superrasse wollen wir sehen hier Pest und Cholera am Werk die vermeintlich aufbauenden Globalumvolker und die klar abwrackenden Geokrieger die das Chaos in den Forced Generation Warfare als idealen Hebel zum Bürgerkrieg und damit zum Aufbrechen des Konkurrenten EU benutzen Wieder andere zielen derweil auf die schlichte Eroberung Europas durch den Islam Es sind dies muslimische und pseudo-jüdische Netzwerke Darum geht es dann im nächsten Teil ых das Das gravity abnorm Jon Ex D ein schwer és World